Willkommen zum mittlerweile Wölfstenfolge von Let's Play FIFA 4-Zellen mit dem FC Aufwürst da sehen wir ja letzte letzten Samstag die Mannschaft von Schalke besiegt haben, wenn ich jetzt das richtig im Kopf habe Ja, genau, Schalke müssen wir zum nächsten Top-Spiel und zwar gegen die Deva Kusena ich habe noch irgendwo eine geile Nachricht da da würde ich jetzt gerne äh, spiel alles knaschen wir sind momentan das heißt, wenn wir in Leverkusen besiegen könnten wir weiter hoch außer die Tordifferenz passt dann nicht aber egal, hauptsache wir sind hier so richtig geil am bashen jetzt kommt Leverkusen äh, sind es noch Leverkusen und wir spielen den Weiß und dann darf der Amethyst auch mal in Zwar, wenn er unbedingt will ähm habe ich jetzt die Aufstellung... ne, ich habe die Aufstellung noch nicht umgeändert geändert, ich habe sie eigentlich gesagt, sie wollte sie ändern habe ich aber vergessen mein Scheiß, Morale kommt mal raus im Haar und jetzt geht's los, und bevor ich es vergesse in der, ähm Halbzeitpause wird es dann ein kleines Pack-O-Mend-O-Mend-O-Mend-O-Mend-O-Mend-O-Mend-O-Mend-O-Mend geben das ist ein Premium-Gold-Pack oh yeah also live drum, wenn ihr es sehen wollt und los geht ich habe mich nicht mal wieder nicht eingespielt, ich habe es verpeilt, weil ich vorher noch, äh, irgendwas schnippeln musste gegen den FC Augsburg gegen den FC Augsburg das kann ich machen und schon in der ersten Minuten der dritten Minute ein kleiner Schuss von uns Werner auf Vogt die 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 mittlerweile sind wir nicht mehr mehr ein Abstiegskampf und jetzt cool in der oberen Hälfte nachdem wir am Anfang mal ein bisschen gehäng hat aber mittlerweile funkt das alles schon wieder zu bester bei mir Torchkos schade der Junge auf Kiesling Stefan Kiesling Nein, oh Gott, fehl, 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 fehl Das war knapp. Gut, dass der mit seinen Hacks noch mal rankommt. Kass drum mit der Ecke. Waaah! Oh, Kassacke. Nein. Oh, wie ärgerlich. Gib mir den Ball. Gib mir den Ball. Gib mir den Ball. Ich weiß gar nicht, gegen den müssen wir eigentlich noch spielen. In London ist der... Na klar, das ist Mist. Für ein paar Wochen vorbei. Wer in der Bundesliga schon die 26. Spielzeit oder so anfängt. Sein Scheiß. Neu ist nämlich der 5. Dritte. Heute kommt eine Folge raus. Und dann... Die ist gewartet für nächste Woche. Der nehme ich heute noch mal ein paar Folgen im Voraus auf. Bobadier! Ah! Schade. Ich mach' heute nämlich Setup. Und weil es erst 2 ist, nehme ich heute mal Verfolgen im Voraus auf. Dann komm' ich nämlich nicht zum Aufnehmen von FIFA. Na, FIFA ist so dummisch. Es ist so ein schwieriges Spiel einfach im Voraus aufzunehmen. noch mal. Die haben aber gespannt, ob es sich erfüllen wird. Sie sind aber gespannt, ob es sich erfüllt werden kann. Ach! Ab krieg! Unter der Arbeit! Ah! Schlechter Schuss! Schlechter Schuss! Schlechter Schuss! Aber egal. Momentan sind die eh besser und stärker. und und ich bin die ms noch hinten und hahn und Babadier die Schüri die Bühne waldloch direkt von einem Ball eine Stunde gespielt wir sind ganz klar besser das muss so lange nicht zeigen Gott sei Dank. Bobadilla, Mama. Ach komm. Lass doch den Ball in Ruhe. Nein, aha. Ich wäre cool, wenn ich den jetzt noch kriegt hätte. Ja, Leute, wacht euch. Tieflegen. Was macht das? Boah, haben sie. Leck nicht fett, ey. Oh, das ist hier. Aus der Luft geht's. Und Han lauf, Han lauf. Tschüss. André Hahn. Kurzverreibzeit, Pause. Schießt André. André Hahn. Oder Andrea Hahn. Der Hahn auf jeden Fall. Wunderschön. Und in Führung gegen die Bekundung. Und mir fällt auf, ich muss den Schwierigkeitsgrad eventuell rüber schrauben. Das mache ich dann im nächsten Spiel. Genau. Die kennen alle nix. Nachkommen. Bäm, weggerätscht. Hier ist vorhin aufgefallen, dass ich öffre das Grätsch, als man mal tackle. So, halbzeit. Dann würde ich sagen, ähm, jetzt dürft ihr euch mein geiles Pack-Opening anschauen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, oder? Ja, oder? Ja, oder? Ja, oder? Nicht schlecht, nicht schlecht wie alles was schon. Ähm, dann sehen wir uns gleich wieder zum Spiel! worthyayN Wir sind wieder da – folgendes ich komme zu sehen wieder nachhaltig wort wo und verpfiffen das war ein Oh Uiuiuiui Bayer Ach komm Du kleiner Lue Kiesling Kiesling Gib den Ball Kiesling Gib mir den Ball jetzt Aber mit Sacheles bitte Ach ja ein Ball wechselt man sich hier an Bordia 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 Ah schade Bordia A Bordia Olek Nein Oh Ja Ja Sam für Sonnen Hunden Sonnen geht raus und ... ... Oh Gott Wie viel Tor für hart. Dann kriegen sie sich auch ein. Oh Gott. Oh, oh, oh! Oh, das war cool. Tobias Werner. Schade. Ich bin mal gespannt, ob wir irgendeinen coolen Typ scouten. Aber irgendwie war das, glaube ich, eher Geldverschwendung als nützlich, weil wir eh junge Spieler im Team haben und eh nicht so bald mit vielen Abgängern rechnen müssen. Aber egal, kann man ja in der Winterpause dann alles verleihen oder sowas. Blende Verständnis. Oh, der war gut. Der war gut, der war gut, Daniel Bayer. Schade. 2,8 Schüsse. Einer von dem beim Posten. Und der wird am liebsten. Nochmal Ecke. Nochmal Werner. Ja. Schade. Es geht los. Bei der Gamingheit wollte ich euch noch sagen, ich mache einen zweiten Kanal auf. Große Wahrscheinlichkeit, wo ich halt dann über Filme, kleine Reviews halt. Also Labeheil für den Bild, auch andere für den Handel, Fortsetzungen für Benzels gibt's. Nein. Und wenn ich nicht fertig bin, dann mache ich wahrscheinlich hier auf dem Display-Kanal so ein kleines. Kein Ding, keine Vorführung. Nein. Was für Kanal so Beathead und alles. Aber das ist jetzt in näherer Zukunft. Widerstand ist jetzt in die Beispielsweise ein Fertschuss von Vork. Das ist doch eigentlich bald mal auch die Fertschuss. Bremen war glaube ich, die gegen... Eier. 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 Schlecht 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 Kupfer Sturz Nach...... Doesn't нужно Schlecht 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 Nein dann fällt die Sau einfach um Oh, hart! Wir verteidigen in der offensive 90 min. Ecke, Werner Oh Gott, da bist du fest drauf gezogen. Nein. Oh, oh, oh. Ganz zu verbecken. Eckbälle. Komm schon. Nicht nochmal vorlassen. Kassbracker safe. Nächster Sieg gegen Leverkusen. 1 zu 0 durch ein geiles Schnuppentor. Sau geiles Tor, ey. Sau geiles Tor. Oh, ja, wir sehen uns Mittwoch schon wieder. Also Mittwoch wieder einschalten, ja. Wenn es dann gegen Werder Bremen geht. Dann habe ich am Samstag gleich Mainz bei der Proz. Und da müssen wir gegen Bayern spielen. Eieieieieiei. Ja, das war's dann auch. Also wir haben noch was in die Presse gekommen. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Und dann würde ich sagen, danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder. Also diesen Mittwoch. Also Mittwoch. Und danke fürs Reinschauen. Lasst ein Abo da. Lasst ein Kommentar da. Lasst Kritik da. Lasst einen Daumen nach oben. Da schaut euch die anderen Folgen an. Ähm. Ciao.